Wenn Männer und Frauen sich kennenlernen, dann ist einer erst mal das Alpha. Der, der so ein bisschen sagt, ne, hier auf den Knöcheln geht und sagt, das machen wir heute. Das ist oft der Mann. Dann trennen sich viele. Nach fünf Jahren, nach sieben Jahren, nach neun Jahren. Wer dann aber noch bleibt, der bleibt. Und dann kippt irgendwann das, wer das Sagen hat. Und du bist dann, wie sehe ich ja an meinem Vater, du bist dann nicht mehr als so ein Meerschweinchen in so einer Versuchsanstalt, der froh ist, dass er was zu essen kriegt und darüber auf den Kopf hat. Und meine Mutter probiert an dem auch alles aus. Glätteisen oder... Ich kann... Jetzt müssen wir widersprechen Sie. Nein, nein. Ich kam meistens und ich meine, die lieben sich wahrscheinlich. Was auch immer. Und ich kam... Er weiß nicht, wie die Waschmaschine geht, er weiß nicht, wie die Spülmaschine geht, das weiß er bei Sie. Und ich finde, das ist sehr staubend beobachtet. Ja, ja. Dass das wirklich tatsächlich kippt, diese Dominanz. Macht doch eine Selbsthilfe-Gruppe aus, Jungs. Jetzt brechst du mir an. Mir ist das genauso ergangen. Naja, aber du redest ja nicht nur über dich, du redest ja auch über Bolle, deinen Sohn, über Hilde, deine Frau, die, ich glaube, so ein bisschen dem Shopping-Wahn, also den Online-Shopping, die kauft ganz viel. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch alles mit das. Ich will ja jetzt auch nicht als Moralapostel jetzt dastehen, dafür habe ich viel zu viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Aber es ist einfach zu viel, ja. Das ist, wir leben ja sowieso im Informationszeitalter oder wie mein Sohn sagt, Informationszeitalter. Und es ist einfach alles zu viel. Darum kann ich ihn so gut verstehen, von wegen Handy. Ja, es ist ja ständig und ich bin auch bei diesem großen internationalen Internet, wie heißt das hier, wo man bestellt, darf man das sagen? Amazon. Und da kannst du ja bestellen und wenn nichts ist, schickst du es zurück oder ziehst du es an und schickst du es dann zurück. Und ich, also meine Frau und meine Kinder bestellen so viel und ich kann das nicht beweisen, aber ich glaube, der DHL-Mann hat einen Schlüssel von unserem Haus. So oft wie da, so einfach alles zu Hause. Weißt du? Was bestellt Hilde so? Ja, Hilde ist so mehr Haushaltssachen, ist ja auch so ein Ding, so Staubsauger. Wir haben Hilde bestellt so sieben, acht Staubsauger pro Jahr, weil, wenn die kaputt sind, du kannst ja nicht mehr reparieren. Ich weiß nicht, wie die Chinesen das machen, die blasen die ja nur auf und dann wird da irgendwie Elektronik reingepumpt. Es ist ja nicht mehr zu reparieren. Und da muss ich jetzt sagen, hier dieses Good Old Germany und Made in Germany, das haben wir so ein bisschen in den letzten 20, 25 Jahren so ein bisschen verkauft. Wir waren mal richtig gut. Wir hatten mal in der Welt und mittlerweile, wenn das irgendwo draufsteht, ist ja fast eine Drohung. Ja, weil wir ja diesen ganzen Mist aus China jetzt als Beispiel, die Staubsauger. Meine Mutter, die schwärmt noch heute von ihrem Vorwerkstaubsauger, den sie zur Hochzeit gekriegt hat. Ist ja so ein Riesending, so fast so ein Aufsitzsauger, wo die, wo die, aber das kannst du auch noch reparieren. Aber meine Tochter, ich komme letztens nach Hause, wenn ich das kurz erzählen darf, zu Saskia, die ist ja auch, mit den Kindern ist ja eh schwierig, oder ich weiß es nicht, heißt ja immer Generation das Letzte, das passt schon vom Namen. Da hatten wir so ein Paket vor der Tür ausgepackt. Ich habe gesehen, kam aus China. Ich habe es gesehen, weil ich es nicht lesen konnte. Das ist ja auch so klein, das ist, als hätte er noch ein Mohnbrötchen gegessen. Du kannst ja, siehst ja gar nicht mehr, wo es herkommt. Und dann packe ich aus und packe nochmal aus. Und in so einer durchsichtigen Schachtel waren zwei Wimpern. Also künstliche, wie in einem Horrorfilm, wo ich dachte, wir haben deine Frau, hier sind schon mal die Wimpern, morgen kommen die Augen. Wirklich. Und dann, wie kann man sowas 8000 Kilometer über den halben Planeten bestellen? Und dann, aber da fehlt auch jedes Bewusstsein. Ich bin dann zu meiner Tochter, die lag auf dem Bett und hatte Gesichtszeit mit ihrem Freund, haben die ja über Handy mittlerweile, die sehen sich ja. Die sehen sich dann, ne? Und wenn ich dann komme, sage ich einfach, hast du Bescheid? Herr Tupor, Sie wissen, wovon er redet, ne? Ja, ich frage mich, ob das jetzt wahr ist, dass er da alles erzählt. Ja. Ich glaube ja. Das Schlimme ist ja. Aber ich tarne das mit. Und die Trauere wechseln, wenn die sich Wimpern bestellt? Das war jetzt die Tochter, Herr Tupor. Ach so, die Tochter. Die kann man ja auch wegschicken. Aber schöner Gedanke. Es ist, äh... Nein, es ist wirklich schlimm, dieses, dieses Kaufen, 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 immer, immer, weißt du, dieses... Wie geht Bodo mit der Apokalypse um? Ja, gut, das ist ja... Ich versuche die manchmal zu animieren, ne? Ich bin auch so ein Outdoor, ich liebe Outdoor und raus, aber, äh, wenn die hören, gib doch mal dein Handy ab. Als wenn du denen das Insulin wegnimmst. Ja, es ist, ist ja nur ein Handy eigentlich, ne? Und wenn wir dann mal so einen Nachmittag verbringen wollen, äh, es ist, es ist schlimm. Es ist schlimm. Wir waren an so einem Lost Place. Hast du davon schon mal gehört? So gibt es ja so verlassene Orte. Ja, verlassene Orte, Lost Place. Ja, und das finde ich, äh, finde ich so toll, wo keine Menschen sind und hatte aber, äh... Wo ist denn der, sagst du ja das mal? Ja, genau, das ist nämlich genau der springende Punkt. Ich war, äh, dachte, ich wäre der Einzige, der das im Internet gelesen hat. Hör mal, und fahr und steh auf so einer Landstraße in so einem Riesenstau, steht so ein Typ mit einer gelben Warenweste, ich denk, oh, Fenster runter, ich sag, was Schlimmes passiert hat, ne, ich bin vor dem Parkplatz. Und dann musstest du dann Eintritt zahlen, ich mein, da war mehr los, als der auch noch in Betrieb war, war da wieder los, ja. Und, äh, es ist alles so, es ist alles zu viel, alles zu viel. Und mir ist alles zu viel. Und das ist aber das, worüber ich in Apokalypse spreche. Wir haben ja jetzt, wenn man jetzt, ne, äh, wir haben die Ukrazaine, wir haben Nahost, wir haben, äh, Energiekrise, wir haben, das ist natürlich ein Riesenpotenzial auch für Scheiße. Und das muss man manchmal einfach aussprechen. Und wir haben aber so ein bisschen, ja, verloren über die, über die wichtigen Dinge, man traut sich ja nicht mehr zu sprechen, ne, weil du kriegst ja ganz schnell auch so einen Scheißesturm, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, so Schiedssturm, Schiedssturm. Ein Jauchesturm. Ja, ein Schiedssturm. Jauchesturm. Ich dachte lange, das ist, wenn du mit deinem Hund gehst, weil wenn, aber du kriegst ja ruckzuck Ärger, wenn du dann so richtig dramatische Dinge mal ansprichst. Und das mache ich auf der Bühne und die Leute mögen das eigentlich, weil sie dann sehen, ja, guck mal, der, der darf das sagen, ne, obwohl ich es ja eigentlich auch nicht sagen darf. Was ist denn das für eine Geschichte? Was war die Frage? Ich auch nicht, ist ja egal. Aber was ist denn das für eine Geschichte, wo deine Tochter, Susa, Saskia, in der Kühlkammer sich zum Trocknen reingestellt? Stimmt die Geschichte? Was ist das? Das ist auch, das war das Thema Outdoor. Ja. Outdoor ist ja ein Riesenmarkt, auch, finden ja alle toll. Outdoor heißt ja eigentlich draußen, vor der Tür. Aber früher Outdoor. Ist ja auch Englisch, Outdoor. Hier, Sie lernen ja gerade Englisch. Outdoor. Ach nein. Draußen, draußen, vor der Tür. Ja, ja. Und wir. Draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür. Und meine, für meine Tochter war das schon Survival auf dem Weg. Wir sind in so einen riesen Outdoor-Laden. Und dann wollte ich sie sagen, komm, dann darfst du auch was kaufen. Mögen ja Frauen, ne. Kaufst du dir einen Feuerstein oder ein Blechgeschirr oder einen Schlafsack. Und die haben so einen riesen See angelegt. In Köln ist das. Da kannst du so Kajaks ausprobieren. Eigentlich nicht dafür gedacht, dass mal reinfällt. Aber meine Tochter ständig Netz am Suchen. Und ich denke, wo ist sie? Und auf einmal, so eine riesen Fontäne. Ist sie reingefallen, am Frieren. Also überhaupt nicht lebensfähig eigentlich, was so Alltagssachen angeht. Und dann sage ich, ja, dann geh dich irgendwo aufwärmen. Und dann ist sie in diese Kammer, wo du Daunenjacken ausprobierst, steht groß dran. Minus 17 Grad. Und da geht sie rein. Und dann frage ich mich manchmal, was ist mit dem Verstand, was ist mit dem... Jetzt wissen Sie ja los. Was ist mit dem, was? Die ist doch hervorragend, oder? Dann kannst du auftauen. Ja, aber das ist doch... Sie hatte so Rauhreis. Sie war noch nicht, sie hatte noch Puls, wie so Mehlwürmer. Sie hatte so leichten Rauhreis. Aber es ist wirklich, ich verzweifle manchmal, und da gebe ich mir natürlich selber die Schuld bei unseren Kindern, dass so dieses Alltags... Ich weiß auch nicht, was sie an den Schulen jetzt dann lernen teilweise, aber so diese normalen Sachen, so Nagel in die Wand hauen, wo mich mein Sohn erst mal fragt, muss ich auf die Wand hauen oder auf den Nagel? Es macht's schwierig. Sag mal. Ich frage mich gerade, deine Eltern, die haben doch eine goldene Hochzeit gerade hinter sich. Ich fand es eben so toll, goldene Hochzeit, meine Eltern hatten Diamantenhochzeit. Diamante? Ja, das ist 60 Jahre, und das muss man sich mal vorstellen, 60 Jahre mit der gleichen Person zusammen sein. Das ist toll. Was macht das mit dir, wenn du daran denkst? Weiß ich nicht. Aber schon der Begriff Diamantenhochzeit. Wie entstehen Diamanten? Lange Zeit und viel Druck. Jetzt frag dich mal, für wen? Aber da scheint ja einiges richtig gelaufen zu sein. Das geht nur, indem irgendwann einer aufgibt. Meiner Meinung nach. Du hast ja, es ist eine Theorie, das heißt nicht, dass das so sein muss. Aber das ist ja, ich habe das gelesen in einem wissenschaftlichen Artikel in der Apotheken Umschau. Wenn Männer und Frauen sich kennenlernen, dann ist einer erst mal das Alpha. Der, der so ein bisschen sagt, ne, hier auf den Knöcheln geht und sagt, das machen wir heute. Das ist oft der Mann. Dann trennen sich viele. Nach fünf Jahren, nach sieben Jahren, nach neun Jahren. Wer dann aber noch bleibt, der bleibt. Und dann kippt irgendwann das, wer das Sagen hat. Und du bist dann, wie sehe ich ja an meinem Vater, du bist dann nicht mehr als so ein wie so ein Meerschweinchen in so einer Versuchsanstalt, der froh ist, dass er was zu essen kriegt und darüber auf den Kopf hat. Und meine Mutter probiert an dem auch alles aus. Glätteisen oder... Jetzt widersprechen Sie. Nein, nein. Ich kam wechstens und ich meine, die lieben sich wahrscheinlich, was auch immer. Und ich kam, er weiß nicht, wie die Waschmaschine geht, er weiß nicht, wie die Spülmaschine geht, das weiß er bei sie und irgendwann, genau, ich finde, das ist sehr schlau beobachtet. Ja, ja. Dass das wirklich tatsächlich kippt, diese Dominanz. Ja, ja. Oh, macht doch ne Selbsthilfegruppe aus, Jungs, jetzt recht mir ab. Mir ist das genau so, Herr Garten. Meine Mutter vielleicht, eine Sache, ich kam, ich kam, also mein Vater, wie gesagt, ist 83 und der wird dann aber auch immer, wenn er was ausprobieren muss, so bestochen, der kriegt dann Wein und dann sagt meine Mutter, Otto heißt mein Vater, jetzt setz ich erst mal hin. Und dann komme ich und sage, wo ist Papa? Ja, der kann gerade nicht. Ich sage, warum? Und da hatte sie aus China natürlich so Haarentwachsungsdinger, weil mein Vater hat viele Haare, aber nicht auf dem Kopf, auf dem Rücken, der ist wie so ein Silberrücken, weißt du der? Und ich hatte mich schon gewundert, warum meine Mutter im Sommer ein Schal in der Hand hat, es war kein Schal, es war der erste Streifen vom Rücken, hatte einen riesen roten Streifen auf dem Rücken, wie so eine Einflugschneise und ich sage, was machst du mit dem Mann? Und dann sagt sie, ja, der will das ja auch, oder Otto? Und dann guckt er nur so, wo er in den Augen so mitschwingt, kannst du mich hier rausholen? Aber Haarwuchsmittel hat sie, glaube ich, auch an ihm ausprobiert, ne? Ja, ist ja das Verrückte, sie hat auch so ein iPad, meine Mutter, wie gesagt, über 70, dachte auch nicht, dass ein iPad, hat das gekauft, weil sie dachte, wäre ein Schneidebrett und irgendwann hat sie gesagt, guck mal, sogar mit Licht, haha, und dann habe ich ihr gesagt, nein, und seitdem die ins Internet, die bestellt alles und ich komme zu meinen Eltern und mein Vater hatte so eine schwarze Pampa auf dem Kopf und das war Fledermausguano. Aus Portugal, Kacke, Kacke, Fledermauskacke. Und er saß da und es lief schon hier so runter, wie in so einem Horrorfilm, hatte natürlich schon wieder Wein da stehen, ne? Und dann sage ich, lass den Mann doch in Ruhe, was willst du denn von dem? Ja, dann kriegt er wieder Haare. Sag ich, vielleicht will er ja gar keine Haare. Ja, aber wir müssen das ausprobieren, weil wenn das geht, das wäre ja toll. Und so macht die mit denen immer Versuche, oder Fußbad mit so Salzsäure-Tabletten, ja. Und die kriegt den aber nicht klein und das finde ich das Tolle.